Ja, herzlich willkommen auf dem Stellplatz Marcellion. Sehr preiswert, sehr zentral, gut gelegen. Also ich habe hier gut geschlafen. Hier kommt er gefahren und dann könnt ihr hier gleich einchecken. Das zeige ich euch. Aber weil gerade hier vorne stehen, hier davor ist der Fähr- und Entsorgungsplatz. Hier könnt ihr Wasser ablassen und Wasser bunkern und eure Toilette entleeren. Auch gleich ein Container für die ganzen Weinflaschen und für den Restmüll. Bisschen tricky ist der Wasseranschluss hier. Also noch mal Geld einschmeißen und dann kommt das Wasser hier unten raus. Soweit ganz okay. Aber ihr braucht einen solchen Adapter hier. So einen. Den ihr dann da reinsteckt und dann könnt ihr das Gegenstück an eurem Gardena Schlauch anschließen. Ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr Geld eingeschmissen habt und dann den jetzt hier so reinstecken würdet, dann würde sofort das Wasser rauskommen und dann kriegt ihr den Schlauch da nicht mehr ran. Außer ihr wollt ihr gerne duschen. Also dieses Teil hier immer zuerst in den Schlauch und dann da reinstecken und entriegeln tut er den halt ganz normal, wie ihr das kennt. Also zwei Säulen. Einmal rechts, einmal links und da könnt ihr dann auch gleich die Toilette nicht leeren. Ja hier die Preise zurzeit. Einen Tag 7 Euro und zwei Tage 14 Euro. Was wichtig ist, ihr bekommt dann so ein langes Ticket hier. Den oberen Bereich, den braucht ihr zum rausfahren und den unteren Bereich für an die Scheibe zu befestigen. Also bitte hier trennen. Steht aber auch hier nochmal in Deutsch. Ja, wenn ihr geschickt seid und ziemlich nah ran fahrt an die Säule, braucht ihr gar nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Ist aber ein bisschen frickelig, deshalb besser weit anfahren, also weit nach rechts. Dann kriegt ihr eure Tür noch auf und dann könnt ihr hier ganz bequem einchecken. Ist sehr sehr simpel. Endlich mal ein Automat, der wirklich simpel ist. Hier deutsch wählen und dann sagt er bereits Kunde oder Neukunde. Also wenn ihr mal weggefahren seid, Neukunde. Und dann, ja der will jetzt, ich bin halt kein Fahrzeug. So dick bin ich dann auch nicht. Aber im Prinzip will er dann halt nur die Anzahl der Tage. Steckt dann eure EC-Karte hier unten rein und da und hier kommt hier unten kommt dann auch das Billard raus, um das ans Fenster zu hängen. Maximale Übernachtungsdauer sind übrigens wie gesagt 48 Stunden. Ich verstehe das nicht ganz, weil es gibt hier so drei Wohnmobile. Die stehen bestimmt schon seit ein paar Jahren hier. Aber die haben vielleicht eine Sondergenehmigung von der Gemeinde. Hier nochmal so ein Rundblick. Ich hoffe der Schäferhund ist da vorne angekettet. Der ist stärker als ich. Ja, so sieht es hier aus. Bisschen grün, geschotterte Plätze, ansonsten asphaltiert. Sagte ich eben schon, die Plätze sind ein bisschen sehr sehr schmal. Guck mal, hier hat einer seinen Tank aufgelassen. Schön. Ja, so ist das halt. Idioten gibt es halt überall. Auch bei den Campern. Sorry, wenn ich dazu sage. Im Sommer wird natürlich hier der Teufel los sein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Hier ist ganz, ganz viel Action. Da vorne ist auch gleich so ein Vergnügungspark. Also das wird hier im Sommer richtig laut sein. Richtig viel Betrieb. Keine Ahnung, ob man dann hier überhaupt einen Platz kriegt. Aber jetzt so im Herbst, Winter und Frühjahr ist das hier super. Ja, so stehe ich hier. Direkt am Zaun. Das war okay. Hier ist der Carsten, ein Campingfreund von mir. Und da hinten, das ist ganz praktisch. Da ist die Touristeninformation, also auf der anderen Seite des Gebäudes. Und ja, da könnt ihr euch halt informieren. Über das ein oder andere. Ja, der Strand ist hier, ich sag mal, fünf Minuten zu Fuß. Also die Lage ist top. Und wie gesagt, sieben Euro, beziehungsweise fünf Euro im Januar bis März. Da kann man nicht meckern. So, da ist der Stellplatz, da vorne rechts. Hier ist ein kleiner Supermerkato. Achso, wir sind ja in Frankreich. Sorry. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Supermarkt. Und da ist dann der Strand. Die Allee runter. Da sei doch schon da. Aber der Intermarché ist auch nicht weit. Fünf Minuten Kreisverkehr, da vorne links. Und schon könnt ihr auch den Großeinkauf machen. Also in Frankreich haben die Preise ganz schön angezogen. Jetzt schaut mal hier, so ein Burger, 20 Euro. Der billigste 15 Euro. Das kenne ich aber anders. Wahnsinn, ne? Oder sehe ich das falsch? Das ist ja kein so richtig Touristenort. Tja, gut, wenn man gerade auf Diät ist. So sieht das hier aus. Das ist jetzt hier nicht vom Sternetwegen. Ist okay, aber die Preise. So sieht der Strand dann aus. Oh Gott, ich zeige euch mal genauer. Strom gibt es hier keinen. Gibt auch keine Dusche, keine Toilette. Das macht mir aber nichts. Also Dusche und Toilette müssen schon top sein. Bevor ich da duschen gehe, dusche ich immer in meinem Wohnmobil. Dafür habe ich es ja. Na, der hier, der steht mit Sicherheit schon ein paar Tage hier. Keine Ahnung, ob der überhaupt noch fahren kann. Ja, ich kann dir Platz empfehlen. War ruhig, ist sauber. Preiswert. Was will man mehr? Gut, Lage ist super. Ja, wollte ich euch mal vorstellen. Hier gibt es ja noch drei andere Plätze. Die habe ich auch schon alle vorgestellt. Schaut mal in meinem Kanal. Ich wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug. Bis dann. Tschüss.